Willkommen zu einer neuen Runde Heifer 2 Es explodiert direkt. Komm jetzt mach ich direkt mal Den hier Komm, geh mal auf vor Nein, nicht nicht schon wieder das war schon letzte folge diese Scheißmine Diese kackten So So, mach mal Oh, da ist Ne So So Weich mal kurz speichern So, ich wieder sterbe Aha, ihr kommt nicht durch, haha Oh, danke Aha, ihr kommt nicht durch So, wir kommen jetzt irgendwie doch durch, gleich Tür links und Tür rechts Ich mach mal Tür links Ja, da ist nix Tür rechts Tür rechts ist bisschen mehr los gewesen Aber auch nicht unbedingt viel mehr Das heißt, wir müssen Da durch, genau Oh 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 Gut gemacht Ja, dann Ja, ich Oh Bring doch nach Oh Nein. Ja, ja, mach mal. So. Mhm. Ach, das brauchen wir bestimmt. Bestimmt wieder so eine Physik-Rätsel hier. Gleich. Warte, frisst mal erst hier. Ähm. Oh. Oh, oh, oh. War... Willst du mich verarschen? Genau. Das meinte ich. Äh. Äh. So. Müssen wir aus irgendeinem Grund das so machen. Damit wir hier laufen können. Da schalten wir ein. Und da müssen wir wahrscheinlich hier zurückspringen. Warte. Tür ist zu. Ah so. Gut. Müssen wir hier so. Müssen wir natürlich den richtigen Moment springen. Oder wir gehen einfach so. Nein. Ladezeit, oder? Nee, doch nicht. Hallo. Tut mir leid, dass du hier unten warten musstest. Ja. Da oben war einiges los. Ja, diese Frauen ausreden hier. Ich sehe, du kommst auch alleine klar. Ach nee. Alleine komme ich sogar besser klar. Ah nein. Das wollte ich nicht machen. Ich sehe, du kommst dir. Ich sehe, du kommst dir. Ich sehe, du kommst dir. Ja, brenn. Sie kommen. Wer kommt? Da ist die Granate. Hau ab. Was für eine Klinik ist das? Schöner ist das, Chirurgie. Hier werden hier schöne Menschen gemacht. Das sieht man doch hier. Sehr schöne Menschen. So. So. lasse ich jetzt nicht töten so, hop 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 hop, boah das hier greil das ist so, oh ja ja da sind nicht zu viele Gegner gut speichern so Panzer stirbt jetzt nicht von der Granate gut ok wenn wir hier weiter kommen seht ihr in der nächsten Folge bis dahin ciao ciao Bis zum nächsten Mal.